So, ich halte mich jetzt so fest und du drehst ganz schnell. Los! Yes! Ok, kalt aufhören. So, wir starten nun in die zweite Runde. Ja, die Runde 1 geht an mich und wer die zweite Runde gewinnt, entweder machen wir unentschieden oder ich gewinne. Oh yeah! Ich bin jetzt drin! What the fuck, you gentlemen! Mama! 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 Mama!